Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag 147, gestern Abend haben wir unsere Zielinsel erreicht. Sie liegt bei 132 Nordwesten der Karobarischen Insel. Wir werden gleich die Insel betreten. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können deswegen. Oder es lag am Essen. Es war sehr miserabel. Mr. Steel, welche Richtung schlagen Sie vor, in die wir gehen sollen? Captain, am besten gehen wir von hier aus etwa zwei Meilen westlich. Okay, Mr. Steel. Mr. Onkel, stimmen Sie diesen zu. Ich bin der gleichen Meinung, Sir. Na gut, dann kann es ja losgehen. Was war das? Wir müssen dorthin. Ihnen helfen. Das können wir nicht tun. Wir müssen es finden. Auf jeden Fall. Ich gehe zurück und helfe meiner Crew. Verstanden. Machen Sie, was Sie wollen. Okay, Mr. Onkel. Bringen Sie diesen Brief zu der Stelle, die ich Ihnen gesagt habe. Ja, Sir. Ich werde es machen. Ich beschütze diesen Brief mit meinem Leben. Ja, ich werde es machen. Vielen Dank.